Glaube ich, bin da auch nicht 100% informiert. Ah, Mist. Allein ich mache dieses Prinzip von Zelda, da ist dein Gegner, hau drauf. Gib ihm. So, wieso komme ich hier nicht rein? Wieso komme ich hier nicht rein, was muss ich hier machen? Ach, hier ist noch eine. Ne. Hä? Doch, da. Ich hab dich nicht gesehen. Jetzt, okay. 30. Juli fang ich hier bei uns an, ach so, doch schon so früh. Schon bei uns vor einigen, vor einem Monat, okay. Bis 12 September, ja. Hatte ich das in Erinnerung, irgendwas. Aber das ist ja dann voll. Mega Unterschied. Wir sind schon zu lange aus der Schule raus. Okay, ich kann das anvisieren, aber es sagt mir nix. Au. Rutschig hier. Das ist, äh, die Musik von Sheik eigentlich, oder? Die mag ich sie. Sie ist, wäre, wäre eine Skulptur an die wir nicht rankommen. Ich muss mir noch mal rein. Toll, die Schule fing vor einem Monat wieder an, ah okay. noch der letzte sieben einfach zu fett und kann nicht ausweichen ich war doch nicht mal in der nähe von diesem ich muss sagen da ist mir verbrennen fast noch lieber weil wenn du eingefroren das kann so lange nicht nix machen so also auf wiedersehen mit bomben die spinnen töte wenn nichts gut ist es braucht ja nicht wiederkommen okay dass das kann ich machen ja das kann ich machen ich wollte ja schon wollte tschüss käfer tschüss fee sag wir opfern die in den flammen so die fern fingen diese woche an okay kleine random tricks ja das stimmt vorhin habe ich das sogar einmal so gemacht habe geguckt was drin ist und was war drin ruine glaube ich ach so okay das ist nur ein top da ist wieder ein pinke rubin wenn wir gucken wie viel der wert ist wie viele rubin hatte ich okay der ist gar nicht so viel wert wie waren das 15 oder so dachte ich die sind übel viel wert diese pinken oder sein rot und er sieht hier nur so seltsam aus 50 rubin echt waren 50 ein schlüssel eine schlüsseltruhe so für garuda training grounds wir haben schon vier schon fast die hälfte jetzt muss ich schauen ich glaube wir müssen noch ein paar mal öfters hierher geht es ja eigentlich weiter oder ist das so der end der endraum vermutlich ist das der endraum 4 von 45 es hieß nur 9 komischer mod ja das ist ein komischer mod absolut endraum ist doch mit dem wolf oder ja aber ja aber ich glaube der der geht dann aus so einem raum hervor oder also aus so einer wand die ich erst mit blauem feuer aufmachen muss glaube ich okay hier ist noch ein weiß feuer das ist ja praktisch muss ich nicht immer ganz nach hinten gehen das ist eine kulturelle das ist eine kulturelle noch ein container wir haben bald alle container oder ist die goldschuppe da ist die goldschuppe können wir noch weiter tauchen wo ist sie denn ich höre sie aber ich sehe sie nicht da ok da komme ich dran mit einer bombe besuchen wir vielleicht komme ich mit dem bomb schuhe ran wenn es anders nicht klappt ok jetzt ein token das bräuchte ich eigentlich schon leider wieso sind in dieser dieser höhle nur kleine drohen ja das frage ich mich auch weil es eben random ist als für wie der die tun verteilt und er kann sei glück und pech haben wenn ich glück hätte werden hier nur große drohen so und wo war die andere kulturelle als hier noch war doch hier oder war die nicht hier wäre sie nicht vielleicht war sie das woanders doch da ich hab sie gehört da ist sie okay wer ist das jetzt und auch ein token also ich muss noch mal rein glaube ich schade 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 denn jetzt ich glaube jetzt muss ich ihnen abgrund schiebe rätsel sind nicht meins kann ich einfach ein ist ich rutschen So. Es ist ein, Ami. ok dazu müsste ich aber erstmal da hoch glaube ich komme ich jetzt hier hoch wenn die ich glaube ich hätte die es holen ja ich glaube ich hätte das leben sollen wenn ich dann da oben bin eine es geht ok ich komme vorbei also nehmen wir wieder blaues feuer mit so damit man an die rubin herankommt der wahnsinn und jetzt muss ich noch dahin komme ich jetzt wieder dahin muss ich schauen so okay wenn ich jetzt dieser klotz wäre mit welchem controller spielst du mit dem playstation controller das ist nämlich sehr ungeschickt so hier dann muss ich hier festhängen und wie komme ich hierhin und da ok ich glaube ich habe es aber dann ich hoffe das funktioniert jetzt wie ich mir denke ja ich glaube er hätte so müsste es gehen ja juchu kannst 64 controller für den computer kaufen ja kann ich dann wäre es vielleicht meine eine überlegung wert weil ich mit dem hier echt ein bisschen überfordert bin okay es kommen herzchen das heißt hier ist vermutlich der boss raum dann ja kommt her mehr wieder da wir kommen zurück stoffe dann sind wir durch oder keine gäste natürlich da sind jetzt bestimmt 50 rubine drin fünf es sind fünf rubine ok und 200 rubine schön das ist doch toll dafür macht man doch gerne die ganze eishöhle durch spielst du mit dem playstation 4 controller ja ich bin mit dem playstation 4 controller genau na toll wenn wir jetzt hier raus gehen wo kommen wir dann hin weil dann hole ich mir nämlich lieber nochmal blaues feuer bevor wir hier raus gehen bevor wir hier raus gehen denn können wir könig zora und den laden aufmachen gehen weg echt dick der kommt dann nicht also hast du eine ps4, ps4 slim oder ps4 pro ich ja ich habe eine ps4 da habe ich davor also bevor ich ocarina of time angefangen habe habe ich final fantasy 7 streamt neulich drauf habe ich eine pro ok so vieler weiß besser bescheid also pro die die man tauschen konnte ja dann habe ich eine pro xbox one x aber ps5 steht auf der liste ganz oben ja was will sie mir sagen habe ich hier noch nicht gespielt es passiert nix ach komm immer noch kein haken ich glaube ich kaufe ende des jahres eine ps4 wird schon dann kommen die denn raus die ps5 ich bin tatsächlich gar kein bei der feenquell gibt es noch eines kultur okay ich gehe zurück bei der feenquell gibt es noch eines kultur natürlich die union wenn wir rankommen unglaublich dass sie das alles merken kann es ist wo ist sie nichts ist sie drin ende des jahres kommt die konsole raus okay mit dieser hell und dunkel wo ist sie viele hunderts gespielt schätze ich mir ich will die skullzula nicht stein der stein aber den kann ich doch gar nicht ach so ok vergessen dass ich die handschuhe habe was ist das jetzt warum sehe ich das nicht ich wüsste auch lieber was anderes aus bevor ich das gleich vorher noch ok war ich hier überhaupt schon mal war ich hier überhaupt schon mal da wäre doch ein interhaken praktisch die sind aber auch seltsam oder die sind so halb groß das sind keine wirklich großen skulptur als verhalten sich aber wie große das genaue datum ist noch nicht bekannt ok und die switch pro ebenso ok von der pro version von den switch das weiß ich auch gar nicht und jetzt und jetzt und jetzt und hier was sein sollen hier ist nicht oh muss dunkel sein und dunkel sein ok das heißt aber wenn ich jetzt das lied spiele dann komme ich wieder am eingang raus oder denn ich bin in der moment ist kommt 2020 keine ok ist ja alles nur gerüchte ok so zu langen welchen gründlich mit ganz so weit das heißt sie sind jetzt wieder alle da und bekommen die magie vielleicht ja vielleicht einfach vorbei sorry kein ding kein ding und ich hätte sie klar hat verpasst jetzt höre ich sie diese auch wieder so blöder nehmen sein token und dass ich nicht rankommen ok also hier sind vieles kulturell token die wir noch mal einsammeln müssen ich dachte da ist was naja ich schreibe mir das kurz auf bevor wir das kulturelle weise raus 3 in mindestens drei waren da ja ich brauche schon einen haken ein haken wäre toll dafür nintendo 64 mini wird nicht kommen das würde mich auch wundern wenn das kommt aber das wäre süß ein n64 das ist so hallo ich weiß nicht okay haben wir 16 jetzt konnte 11 11 nicht den 11 was soll ich für 10 anfang meinen die sind nicht ganz unnütz das gebe ich jetzt so aber weil sie einfach mal ein haken nicht macht ihr laden oben am wasserfall ist auch eines kultur aber wieder nicht erreichbar okay dann schreibe ich die einfach auf am wasserfall dann können wir später mal gucken so okay der hat gar nichts neues in den käfer kaum kostet ein käfer 50 ruine ne danke hätte jetzt 10 gekostet hätte ich ihn mitgenommen aber für 50 nehme ich doch kein käfer mit zu teuer so das heißt wir machen wieder klein und wir haben glaube ich auch spiel oder flight da ich sehe die kultur oben links im bildschirm dann machen wir uns mal wieder klein und das heißt wir gehen zusammen pflanzen und was können wir noch machen wir können dieses ist eigentlich richtig dumm wir können theoretisch mit dem bogen ist kultur als einsammeln die wir als erwachsene link nicht holen können ich habe meine sicht nicht richtig wir haben recht schon zurückgebracht so ist es jetzt wieder nacht wir wollen jetzt tag sonst kommen wir nicht raus und moment wir können hier glaube ich noch was kaufen oder der kleine link hat wohl einfach nicht mehr drauf weil die video wurde gefloppt und dafür hatten kinder die nessen essen ist okay das ist ja auch nicht die news gefloppt habe ich die schon gekauft karte ok habe ich die schon gekauft und der hatte der noch mal wenn ihr hattet den 20 20 rubin für 35 rubin ist hier lustig sagen wir haben das ei gar nicht gekriegt oder nie haben wir nicht dachte gerade dieses ei hätte ihm doch längst ausgebrütet sein sollen aber wir haben ja gar kein ei gekriegt wir haben kein ei so wo gibt es überall pflanzen auf dem friedhof ist die erste die mir einfällt da können wir eine pflanzen und so was reich können wir eine pflanze und am hüliasee können wir einen oder zwei pflanzen sogar nintendo und super nintendo mini meint ich ja ich hab's schon gestein und in der dongos höhle war noch nur noch eine pflanze und so und 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 werden wir mal ein bisschen wenn alle kommen wir noch gar nicht ran weil eine ist zum beispiel auch wir können wieder vielleicht tauschen wenn wir schon mal hier sind ich bekomme ja was jeder müsste 30 kultur hat uns für ein tor gesammelt ist nur noch der große glaube ich nähe da ist noch eine okay dann ist das noch der 40er und vom großen vermutlich ein 250 dann also heute sind sie schon geizig mit 10 wirklich wir können leider auch nicht reiten als kleiner lieb aus für den großen hunders kultur ist wirklich okay bei für den großen alle ja gut dann sind wir noch eine weide dran am sammeln er gibt sie dann 500 ruby genau der füllt ihr dann immer die tasche wenn du ihn ließ ich weiß ist im randomizer aber nicht benötigt maximal findet sich okay gut das freut mich sehr das heißt ich muss gar nicht unbedingt alle tokens sammeln das finde ich gut bei der fahrung gibt es kein loch oder glaube nicht denn st So. Und hier waren glaube ich zwei, oder? Ich muss gerade überlegen. Hier hinter dem Laden war auf jeden Fall eines. Aber trotzdem eventuell alle Skulpturas finden. Ja, die, die ich finde, sammle ich auf jeden Fall alle ein. Er hier und im Wald. Da noch eine. Habt ihr noch mehr? Nach einer Weile kommt ein großes Skelett in der Ebene von Hyrule. Wenn ich die vielen Kleinen kaputt mache, ja. Ja, ich kann mich glaube ich noch daran erinnern. So. Und hier. Ja, und ich glaube, hier gab es noch irgendwo ein Loch bei den zwei Dekos, die mir was verkaufen, oder? Ja. Kennst dich gut aus, sollst du den Randomizer ausprobieren? Ja. Der kennt sich wirklich sehr gut aus. Besser als ich. So, hier. Gab es hier nicht noch ein Loch, doch da. Hier, ich brauche ein anderes Schild. Hier. Kein Hammer. So. Aber ich glaube, das müssten dann alle gewesen sein im Wald, oder? Ich hoffe. So. Das heißt, wir gehen jetzt zurück und machen gleich einen Abstecher nach Boronia. Wenn ich Boronia finde. So. Zielscheibe abgeschlossen. Ich glaube schon. Wie oft muss ich die abschießen? Ich glaube, das habe ich gemacht. Aber wir gucken. Ja. Ach. Ja. So nicht. Ich glaube, da kommt nichts mehr her. Aber unten, ich schau nochmal unten. Ob die nicht noch ein Lied für mir wollen? Doch, die sind wieder da. Schlüssel. Oh. Oh, oh oui Going ist natürlich Cowell schon wieder. Oh ja. Das hat schon. Ok. Okay. Okay. Untertitelung. BR 2018 Ja, diesmal ist das mehr als letztes Mal, oder? Wie viele mehr... Das war's quite a nice session. Okay. Schön. Schön, ich bin so reich. Wo bekomme ich die neueste Version von Randomizer her? Ja, das fragst du, wenn du ein Dorsier... So. Haben wir jetzt. Und in den Krater müssen wir auch noch... Aber das machen wir ganz zum Schluss. Im Krater ist glaube ich auch noch eine. Einfach Randomizer gucken. Ja, also so habe ich sie auch gemacht. Ich habe einfach gegoogelt und dann runtergeladen, was kam. Und was? Bist du denn hängen geblieben? Im Steinkreis. Vor Corona. Was hieß da? Im Steinkreis? Ich gehe gleich nochmal hoch. Kann ich da springen oder so? Gehe hoch. Eine Krotte wirklich? Da ist eine Krotte? Okay. Da war ich noch nicht drin tatsächlich. Hymne des Sturms spielen. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, da kann man nichts springen. Aber dann müssen wir vielleicht bei den Zoras auch die Hymne des Sturms spielen. Abonnieren. Untertitelung des ZDF, 2020